Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1503 History Edition aus der History Collection. Ja, letztes Mal haben wir Gewürze gemacht. Chill, 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 hallo? Ah, okay, Anno 1503 hat sich mal wieder gedacht, ich eskaliere gleich mal. Die Vögel, Alter. Ich wollte eigentlich nur einen Warncheck machen. Denn, äh, wir brauchen, glaube ich, keine Gewürze mehr einkaufen. Ich glaube, ich glaube, das ist Geschichte. Ich glaube, unser Gewürz- und Tabakproblem ist erstmal gelöst. So, letztes Mal haben wir Triumphbogen gebaut, einen. Und, äh, Denkmäler, aber leider, leider, leider. Ah, das nervt mich immer noch. Ich hätte so gern hier noch mehr Denkmäler und so gebaut, aber es geht leider nicht. Oh, wir haben eine Gold- und Juwel-Edelstein-Mine freigeschaltet. Weiß zwar nicht, was das uns bringt, aber... Äh, was ich gerade noch gesehen habe, nahrungstechnisch, der eine war jetzt nicht so... Sieht aber gut aus, eigentlich. Heilkräuter könnten wir eigentlich auch mal verkaufen. Sehe ich gerade. Ja, entspann dich, entspann dich. Holz verkaufen wir auch einfach mal wieder. Hier, Holz. Stein. Marmor. Okay, Holz. Und was wollte ich jetzt noch reinpacken? Ich glaube, Heilkräuter. So. Nahrungstechnisch sah es gut aus, glaube ich, ne? Gut, dann würde ich sagen, äh, was wir jetzt mal direkt machen... Das hätte ich wahrscheinlich schon lange machen sollen, aber einfach nur, damit es passend ist. Doch jetzt kann ich es nicht mehr leisten. Oder auch nicht, weil ich keinen Stein habe. Ja, gut, ne? Hier ist doch bestimmt noch mal ein Marktplatz gewesen, oder? Waren das alle? Ich glaube, es waren alle. Gut, und was ich dann nochmal mache... Es brennt! Lass uns noch mal ein paar Häuser aufsteigen. Oh ja, es brennt. Oh nein, es brennt. Hier sind noch Siedler. Die sollen mal aufsteigen jetzt. Da ist gerade noch einer zu Besiedlern aufgestiegen. Da ist einer zu Kaufleuten aufgestiegen. Sehr gut. So. Jetzt möchte ich mal gucken, können wir Astrokraten... 1900 Kaufleute brauchen wir dafür. Wie viele haben wir? 800 irgendwas. Oh Gott. Also ich glaube, ich lasse die Astrokraten, ne? Weil ich müsste halt für die ganze Insel hier nochmal voll klatschen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also ich müsste das Doppelte bauen nochmal. Ja, nee. Nee, lass mal. Da, da leben wir nicht. Wir haben eigentlich nur noch den Gelben. Natürlich können wir noch so sehr viele Sachen hier freischalten. Das hat aber alles mit Astrokraten zu tun. Und ich weiß nicht, Astrokraten, ob ich die jetzt hier unbedingt bauen möchte. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ist zwar schön, dass es geht, aber... Man schaltet halt alles. Alter. Ja, ja, ja. Der letzte Schrei. Nee, ich würde sagen... Ich würde sagen, wir bauen lieber noch ein bisschen Armee. Wir sind übrigens auch mit den Scharfarmen jetzt dann doch ganz gut hingekommen. Ich dachte nämlich ja, ursprünglich, wir brauchen nochmal die ganze Insel hier voll. Haben wir aber nicht. Neue Soldaten sind verfügbar. So, dann möchte ich glaube vielleicht nochmal ein paar... Pekingiere. Ich glaube, ich mache nochmal Pekingiere. Ich glaube, ich mache nochmal eine Reihe Riege Pekingiere. Und dann schauen wir mal. So, das ist eine Hauptinsel hier unten. Schleichter, ich finde es toll, dass der auf Bayerisch redet. Da ist... So, jetzt möchte ich die ganz gerne assortieren. So, Kanone darf mit hierher. Die eine. Das sind Bogenschützen, oder? Ja. So, hierher. Soldaten wurden ausgebildet. Soldaten sind ausgebildet. Na, fast. Ich habe fast den Text getroffen. Zubefehl. Wo soll's hingehen? Nur mal vier Bogenschützen. Und ich glaube, dann... Neue Einheiten sind bereit. Hey, Käpt'n. So, dann ziehen wir mal unsere Flotte her. Yo, alle her... Alle, Mann, zurück. Die Hauptinsel habe ich, glaube ich, ganz gut verteidigt, indem ich die Schiffe hier einfach rumstehen lasse. Ja, ich glaube, das ist erstmal okay. So, dann gehen wir mal. Und erst mal, bitte. Also, ich glaube, das ist schon schön. Und hier ist die Schiffe. Ich glaube, es ist toll. Ja, mag das sein. Haben wir eigentlich... Wir haben überall Kanonen drin. Okay. So, ich würde sagen, also wir machen die letzten, allerletzten Kriegsvorbereitungen. Ja. Haben immer noch unsere Starterschiffchen. Süß eigentlich. Wir erwarten euren Befehl. In die Wunden! Alle Mann an Bord! Das sind die letzten Kriegsvorbereitungen, ey. Die Flotte erwartet eure Befehle, kommt dann. Wir machen uns auf den Weg, Herr. Ähm. Hallo. Komm, fahr da hin. Ich möchte doch... Ich möchte doch ganz... Nein, ich möchte es nicht verkaufen. Ich möchte doch immer ganz, ganz die hier abladen. Und wie wir die hier hinstellen. Wenn wir eine gute Samtnil haben, nachher, ne? Befehlt und wir gerorfen. Befehlt und wir gerorfen. So. Wo soll's hingehen? Das sind eigentlich die restlichen Schiffe hier. Fahrt am Wind! Hier kommt auch alle mal her. Alle Mann hierher. Genau so will ich das haben. Ahoi! Ahoi, ihr Landratten! So. Irgendwo ist doch noch mal bestimmt nur eins unterwegs, ja. Ja, egal. Das passt, glaub so. Ich würde sagen, nächste Folge, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Units hier für alles. Ich möchte dich auch mit einladen. Alle Mann an Bord. Und zwar alle. Außer die hier, die noch... Weiß nicht, ob das reicht. Aber mal gucken. Och nö. Ja. Das sind nur drei, oder? Ja, ich guck gleich mal, ob's nur drei sind. Das sind nur drei, okay. Ja, kann ich die hier eigentlich... Äxte. Kann ich, kann ich keine Äxte bauen? Schmied. Nö, ich glaub, ich kann auch keine Äxte bauen. Armbrüste. Nö. Wo krieg ich denn Äxte her? Und Glanzen. Muss doch noch ein Gebäude dafür geben. Große Waffenschmiede. Ah, da krieg ich Äxte und Lanzen her. Oh mein Gott, ich hab, glaub ich, die ganze Zeit die nicht produziert, weil ich einfach so doof war, die große Waffenschmiede zu bauen. Ja, nö, war nicht mein Fehler. Das Volk schätzt eure Regentscheid. Cool, kann ich mir ein Denkmal bauen? Dafür? Nö. Ist, äh, schade jetzt. Das wird sich enttäuschend. Äh, wie viel brauch ich denn da noch? Eins und dann eins, zwei, drei, viermal. Theoretisch. Ähm, ja, die hier, die wollte ich halt, ich wollte halt Kavallerie bauen und konnte die ganze Zeit. Ich bin so doof. Ach, dann halt nicht. Ja, unser Heer ist groß genug. Ist ja gut. Ist okay, ja. Hab's verstanden. Ich muss erst noch ein paar, ein paar wieder opfern. Von den ganzen Soldaten hier. Die Flotte erwartet eure Befehle, komm, dann. Jo, ich würde sagen, mit der Flotte können wir nächste Folge dann Machen wir nächste Folge. Machen wir auch wirklich erst nächste Folge. Äh, nächste Folge dann den gelben Klatschen. Ja, dann sind wir alleine auf der Map. Ich, ich, ich weiß, es ist nicht notwendig, aber also ich weiß nicht, ob man die hier noch töten kann. Das wäre auch mal eine witzige Idee. Wartet mal. Okay, dann wisst ihr was? Das probieren wir nächste Folge aus. Das probieren wir nächste Folge aus, ob wir die... Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.